Das kann doch nicht dein Ernst sein, mein Gegner ist ein Explosionsfetischist. Na dann wird er auf diese Runde gar nicht klarkommen, denn das kann ich auch. So so, mein erster Gegner ist also. Bin echt gespannt ob du überhaupt einreichen wirst oder bist du noch beschäftigt in deiner eigenen Dimension und mit deinem Zähnen knirscht. Weil du gesehen hast, dass dein Gegner Horrorhund ist, bist du wie die Illuminaten, du hältst dich unter, nach der Frist, so wie deine Verwandten. Ich bin mir sicher, in diesem Text ist was schief gelaufen, mit RPG meinst du bestimmt nicht die Waffen, sondern eher so etwas wie Mithin 2, ich hoffe Level 3 wirst du noch schaffen. Ich zerreiße dich locker auf diesem dopen Beat, aber ich wollte dich nicht als Gegner, denn das was du machst ist keine Musik, wo ist eigentlich dein Besitzer? Du hinderst mich nicht daran in das Finale zu kommen, also mach hier keinen Dicken, ich werde dich aus dem Weg räumen, nicht einmal aporet, will dich ficken. Jetzt bringe ich mal was mit Alliterationen. Horrorhundhaariger Herbstarbeiter, hinterher laufender Hackbraten, Halbtiermensch und Halwihan wird dich hier locker auseinander nehmen mit der Bossposition, denn du bist nur ein Fagot. So das war meine Runde, aber Achtung, wenn du mich siehst, musst du doppelt Acht geben wie Nazis bei der Begrüßung. Schiiiisch Untertitelung des ZDF für funk, 2017